Auf der Straße muss ich von niemandem mich niederknien, um irgendwie um Geld zu betteln und sagen, ja kauf mir das Piccolo oder kauf mir bitte das Flasche Champagner. Ich muss mich nicht niederknien. Ich sage meinen rechten Preis so und so und wem das nicht passt, der kann mich mal kreuzweizen. Ja, ich muss mich nicht niederknien. Mein Opa war in der 17. Division in der Sowjetische Armee. Die Königsberg und Berlin befreit hat. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Das will ich gar nicht sehen. Mit offenem Haupt kann ich nicht mal vor seinem Grab stehen. Nein. Wenn der Opa seine Männchen so gesehen hätte, hätte er mich erschossen. Wie bist du nach Berlin gekommen? Mit dem Bus. Mit dem Bus? Ja klar. Bin dann auf die Zopp irgendwie rausgeschmissen. War da von meinem Zuhälter abgeholt. Der hat mich für 50 Mark damals gekauft. Mein bester Freund hat mich verkauft. Erzähl das Witz. Was für Witz? Das ist nicht witzig. Doch. Wie hab ich dich verkauft? Ja, du hast mich verkauft und ich hab dir in die Fresse gespuckt. Hab gesagt, ich bin nicht sauer, dass du mich verkauft hast. Ich bin so sauer, weil du zu wenig genommen hast. Ich bin viel mehr wert. Ja... Hahaha.